Teenager-Logik Ohne Witz, meine Mama hat letztens so viel für mich getan Heute werde ich mal ein richtiger Vorzeigesohn sein Ich werde jetzt, ohne dass sie mir überhaupt was gesagt hat Einfach freiwillig die Spülmaschine ausräumen Ein paar Sekunden später Fitti, räumst du mal bitte die Spülmaschine aus? Das ist jetzt gerade nicht dein Ernst, oder? Ich wollte gerade die Spülmaschine selbst ausräumen Aber jetzt habe ich gar keinen Bock darauf Hä?